Die Teleclub Cinema Blockbuster im Juni. Abschluss der Batman-Trilogie von Chris Nolan, in dem Batman acht Jahre nach seiner Verwannung aus Gotham den Berserker Bane Einhalt gebieten muss. The Dark Knight Rises. Mit Stars besetzte Ensemble-Komödie über die unterschiedlichen Erfahrungen von fünf Paaren, die geplant oder unerwartet ein Kind erwarten. Was passiert, wenn's passiert ist? Britische Erfolgskomödie über vier Schulabsolventen, die sich im Urlaub auf Kreta dem Alkohol, ausschweifenden Partys und willigen Girls ergeben wollen. Sex on the Beach. Reboot der erfolgreichen Spider-Man-Franchise, das die Ursprünge des Marvel-Superhelden noch einmal ganz neu erzählt. The Amazing Spider-Man. Amüsante Verfilmung der Memoiren des dritten Produktionsassistent am Set von Der Prinz und die Tänzerin. Michelle Williams als Marilyn Monroe in My Week with Marilyn. Die Cinema Blockbuster im Juni. Die cucinaisia-Franchise in der Bibliothe rationale.